Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft TinyCraftAttack und wie ihr seht schon ich bin woanders als in der letzten Folge aus dem Parkour gefarmt 21 zusammen bekommen und sind weggegangen in dieses Dorf und finden wir ein Parkour, habe ich halt gefarmt damit wir halt nicht als erstes Probleme zu haben und muss jetzt nicht in der Folge machen ich kann den auch nochmal mitnehmen ich habe ein bisschen noch Holz das ist die mir am Lenken der Server immer noch Ihr hört vielleicht auch im Hintergrund wenn auch mal da piepst die ganze Zeit irgendwie bei den Batterienern sind sowas keine Ahnung ich muss hier wechseln also nicht so ganz geil und deswegen wenn ihr was piepen habt im Hintergrund dann ist man auch mal ja ne irgendwie alle paar Sekunden jetzt gehen alle 30 Sekunden oder so oder alle 45 Sekunden ich will jetzt auch mal da piepen das ist nicht so schön ich war ja gestern Abend schon so ich weiß auch nicht wie ich als ich es gelten habe und in der Nacht gehen wir da auch mal irgendwie piepsen halt und die nächste piepen es ist jetzt nur noch am Nerven also vielleicht ist es für euch nicht so nervig wenn ihr das Video halt guckt aber für mich ist jetzt einfach direkt runter also piepen piep 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 das ist so ein nerviges Piepen wenn ich nicht das durchhalten soll ey naja gut ähm ein paar Wochen geht das wahrscheinlich noch auf 1.13 Pre-Release wir haben wie gesagt das Server irgendwie erst ähm Ende Juli halt dass er die 1.13 auskommt dann geht das aber erst auf 1.13 halt Ende Juli das heißt ein paar Folgen muss er noch mit diesem Lex hier leben ich kann sich ändern ich kann sich ändern wir haben ja auch irgendwie gesagt naja erst Ende Juli die wollen wir dann so früh von Pölis ausgebracht haben wer wohnt hier denn ich brauche mal ganz schnell jetzt mal ein paar Schafe das werden schon mal 1 ich hab leider keine Eisen nehmen ich bin vielleicht eine Schere basteln können ich hab gleich 3 Wolle rausbekommen können ich brauche noch eine Wolle ich fädere direkt mal hier die Hosen mit weil ich will gerne ein rotes Bett haben weil ich will gerne ein rotes Bett haben rein weißes auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen scharfer ne oder weil es jetzt noch dunkel fände ich sooo geil hm ich hab noch keine Ahnung oh es könnten Schafe sein aber warum noch genau einen Schaf da oben 1 wo da hinten noch ich hab nicht so groß ne ich weiß gar nicht wie viel mit Schaf da oben mit Schaf da oben wir haben das hätte ich mal überhaupt wer überhaupt mitspielt so genau oder weiß ich zum Beispiel Monkex ein Ege ist jetzt noch dabei Dauerzucker ich glaube Dackfisch auch also ein paar andere ne weiß ich gar nicht den hab ich zum Beispiel auch in die aufgenommen und so ich kenn ihn überhaupt gar nicht ich hab ihn ja noch nie wirklich geschrieben ich kenn ihn nicht auch noch unbekannte dabei sag ich geh mir natürlich Trudo an sag mal geil ich mach mal so ein Thumbnail mit diesem Konstrukt oder so 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 wie soll ich weggehen hier man muss jetzt hier nachts sein kein Bock ey kein Bock ey reisern wird ich kann mir vorstellen wenn ich das hier so rüberholt und das hier aufsprengt ich will sie vielleicht noch neu bauen das kann ich nicht ich hab ihn ja auch mal in der Eisen Villager ne ich hab ihn ja auch mal in der Eisen Villager Iron Gollumfang gesehen da hinten auch interessant das kann ich auch mal bauen das kann ich auch mal bauen ich hab auch schon toll mal dazu gemacht im halben Jahr oder so vor einem Jahr das kann ich auch mal bauen in diesem Projekt Problem hat nicht so Platz ich hab ihn nicht mal raus da lebe ich mal im Bett ich hab ihn ja gar nicht erst mal so so scheiß am Anfang ne mal diese Müll bei Projekten ist jetzt ziemlich nervig und ich cheaten kann ich könnte ruhig in der Konsole auf OP stellen OPs aus der 2000 oder so was möchte ich jetzt auch nicht weil sonst wär ich noch gebannt ich hab kein Projekt wo sind denn die Schafe wo sind denn die Schafe das kanns nicht sein ey das kanns nicht sein ey ich hasse ich jetzt anfängt an den Projekten es ist in jedem Projekt wo man findet kein Bett es ist nachts und nur 2,5 Blumen Balken es ist in jedem Projekt so in jedem Multiply Projekt es ist immer so nervig ich bin ja auch nicht scharf da alle schon weg sind ich hab noch 100 Spieler hier ich bin mal eher auf den Zerber als ich ne weil die hat meistens ein Zerber haben das ist auch nicht immer ich hab noch nie einen eigenen Zerber ich hab kein Geld aber aber auf jeden Fall ja ich hab ja keine Chance vielleicht bin ich tot aber wie in jedem Projekt ich will aber nicht sterben ich weiß nicht wo soll ich denn nach Schafen suchen wo suchen wir nach Schafen ich komm nicht mehr in die Stadt das ist das Problem oder diese Rauchen bei einem Mindergrund das wär so ne nervtötende Folge ey boah das kanns schon ja an hier sind's Chicken boah ich ne so eh mit jetzt könnt ihr hier kurz mal essen ich werd nicht vergiftet oh nein Babyzombie nein 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 geh weg und es leckt so wie ein Demo da Multifair Projekt das ist mir tatsächlich immer am lecken ach ich wurde nicht vergiftet Gott sei dank pfuh ist da nichts gebracht muss da noch mal Balken das ist vielleicht brauch Schafe da gibt's ein Rewe da gibt's ein Rewe und dann vielleicht ein Wolle oh Gott das für eine Mops ey das ist easy ey pfuh ist auch ausgeleuchtet das kann gar nicht sein das kann aber ich geh jetzt irgendwann in ein Rewe rein guck ich einfach mal jetzt muss ich mich dann ähm nehmen so im Bett fand jemand anders gucken aber geht auch schon 8 Minuten so das kann mal ich geh noch mal diese hier ist Wolle pfuh ich nehme auch ein H2 ne ich will das vielleicht irgendwann wieder ne ich brauch mich unbedingt ein Bett Ich nehme mir sogar kein Essen. Ich schaffe jetzt sogar eine Rewe. Sorry. So wie ein Echt. Ja, das natürlich auch jede Nacht. Rote Wallercraften. Das hätte ich nämlich schon gerne. Rotes Bett. Kein weißes. Finde mich hässlich. So, gute Nacht ey. Das ist erst mal überlebt ey. Schon anstrengend, ne? Zwei Herzen. Trotz, ich brauche jetzt mal Essen. Ich brauche jetzt mal Unterschlumpf. Ich weiß nicht, wo ich ihn hinlegen soll. Nicht hinlegen, sondern rausbauen. Ich habe nicht mal diese Links hinten gelesen, ne? Schwarze Brett. Und hier. Wo man gar nicht so bauen könnte. Fahrradschützenmeister seit 2003. Duckfish. Okay. Schauen wir mal an. Oh, was ist eigentlich? Ich muss ihn mal fragen. Der wird bestimmt schon mal unterschreiben. Mal unterschreiben, wo du willst. Mal unterschreiben. Mal unterschreiben, wo du willst. Mal schauen, ob er ein Haus hat. Mal schauen, ob er ein Haus hat. Mal schauen, ob er ein Moan Kekes hat. Mal schauen, ob er auch ein Moan Kekse hat. Mal schauen, ob er einen Brief an mich sendet. Ja, voran der Stadt DuckFash Dieser Portal ist jetzt neben dem Raum der Legenden Ja, wo ist ja auch im Raum der Legenden Bitmoney Das Event abgesagt war zu spät Hochzeit von Lucas und Red Tracker 0.1 Der Drachenevent vor Release 10.13 Fragen am Storzak oder SIG99 Okay, interessant Bahnhaus Jetzt überwählen, was will ich hier rein? Ich glaube, ich hab jetzt zu spät, ne? Jetzt gucken wir uns mal nächste Folge an Diese Folge wäre rum Wenn Sie gefallen, dann lass eine Grüße da Habt ihr vergessen Und tschüss Bis zum nächsten Mal